Danke, dass du mich mit zur Arbeit nimmst, Fitz. Oh, fahren wir zu Goopy Goobers und kaufen uns ne lecker schmecker Bockwurst-Bratwurst-Bägenbagen. Was? Wegen wir waren wir doch schon bei sieben Drive-Thrus. Ja, und Taco Bell hast du ausgelassen. Die schreiben mir dauernd und fragen, ob ich tot bin. Zim! Fitzy, komm und hilf mir, meinen Kiefer auszurenken wie eine Schlange, die man keine Decke braucht. Und man kann sie für alles benutzen, außer zum Hintern abwischen. Es sei denn, man hat welche zum Runterspülen dabei. So ein Zufall! Hallo, muss ich dafür wirklich auch noch wie der italienische Hamburgler aussehen, Dusty? Klar, du musst aussehen wie ein echter Gondoliere, wenn du für mich singst. Dusty, glaub mir, ich werde sicher nicht... Hallo, sind da die fitzhastenden Mutanten, die ihn töten wollen? Adonai, mobile. Quartiumalvento. Das klingt wunderschön, sag mal. Ich frage mich gerade, wieso wir eigentlich treiben und nicht untergehen. Oh, ach so, weil mein Bauch voller Fürze gewesen ist. Ein Verlierer umbringen. Oh, fick dich, du fettes Stück Scheiße. Das wird offenbar die Top-Antwort auf diese Frage. Flammenwerfer! Ich halte sie nicht mehr liegen. Ich halte sie nicht mehr liegen. Ich halte sie nicht mehr liegen.